Der Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhipp-Baufinanzierung. Lebenssituationen können sich ändern. Damit dann nicht auch noch die Finanzierung der eigenen Immobilie durcheinander gerät, sollte der Kreditvertrag flexibel gestaltet sein. Manche Banken bieten Darlehensnehmern die Möglichkeit, ihren Tilgungssatz während der Zinsbindung mehrmals wechseln zu können. So kann der Darlehensnehmer auf eine veränderte Lebenssituation reagieren. Das heißt, wenn ich höhere Einnahmen zu erwarten habe, weil vielleicht die Frau wieder zum Arbeiten beginnt, nach Elternzeit kann ich meine Tilgung nach oben setzen, um entsprechend die Kreditlaufzeit zu verkürzen, auch die Restschütze zu reduzieren. So habe ich es in der Anschlussfinanzierungsphase einfach besser, kriege ich noch mal bessere Konditionen, weil der Beleidigungsauslauf sich reduziert hat. Genauso kann ich auch mit einer Reduktion des Tilgungssatzes darauf reagieren, sollte eben als Beispiel nachwuchsbedingt sich meine Situation für die nächsten 2-3 Jahre auch entsprechend verändern. Auch wenn ein plötzlicher Geldsegen eintritt, zum Beispiel durch die Auszahlung einer Lebensversicherung, ermöglicht eine kürzere Zinsbindung mehr Flexibilität. Beträgt die Laufzeit des Kredits noch 5 Jahre, kann die Restschuld dann auch sofort beglichen werden. Zum Teil bauen Banken diese Flexibilität automatisch in die Verträge mit ein. Das heißt, ohne Zutun des Darlehensnehmers kann er seinen Tilgungssatz bei Bedarf ändern oder Sondertilgungen vornehmen. Das ist aber immer von den einzelnen Kreditinstituten abhängig. Wenn ich jetzt einen Darlehensvertrag mit einer Bank gewählt habe, die solche Optionen nicht vorsieht, wird es in der Tat schwieriger, in einem bestehenden Vertrag Änderungen vorzunehmen. Ausnahme, eventuell eine Härtefallregelung, wenn ich mit der Bank ins Gespräch gehen muss, weil ich sage, Mensch, es hat sich unvorhergesehen die Einkommenssituation oder Lebenssituation verändert, dass man über eine Tilgungssatzreduktion oder Änderung spricht. Dann bin ich ein bisschen auf den Goodwill der Bank angewiesen, die mich mit Sicherheit auch nicht vor die Tür setzen wird. Aber es ist dann einfach ein anderes Prozedere, als wenn es mir vorneweg schon per Vertrag zusteht. Experten raten daher, von vornherein eine Flexibilität in Kreditverträge mit einzubauen und auch den Finanzierungspartner entsprechend danach auszusuchen.